Wo fahren wir jetzt hin? Danke, Dolores! Richtig, es ist nämlich Cheat Day! So, ähm... Wir haben ein Problem. Unser Auto ist zugefahren. Nee, es mag uns einfach so gern, dass es uns nicht mehr rauslässt. Also, die zentrale Verriegelung macht da nicht so ganz mit. Oh Gott, wir werden sterben! Ach, wir haben es zumindest warm. Ja, wir sind jetzt durch Kofferraum und Fenster sind mal eingestiegen. Scheiße, total geil. Ich habe irgendwie sowas Geiles getan. Ja... So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind beim Job 2. Wie man sieht, das Licht findet uns genauso lustig wie das Auto. Nein, es ging noch nicht auf. Es wird lustig. Wir können das dann nachher mal filmen, wenn wir ins Auto gehen. Wenn wir ins Auto krabbeln. Viel mehr. Ja. Das ist mal Playboy-Party! Oh, du riechst nach Vanille. Na, wie? Na, Fina Colada! Na, wie? Na, wer? Ja, es ist ja nicht! Na, wie war es noch... Wenn du das Ding anohen machen machst es auf Persepaar. So ist es sch proposalver Buchstüter? Und das ist ja gut so, wie kann ich jetzt martig. Und das ist irgendwann, wenn die Kräger ella eine etwa dasselbe groß. – Move nach welche, die erste Wandschla playing. Und das ist jetzt nicht so wichtig, Untertitelung des ZDF, 2020